Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich möchte heute mit euch über die Buchneuerscheinungen im Monat Oktober sprechen. Eines davon, was ich euch gleich vorstelle, werde ich euch auch zeigen können, weil ich gestern nämlich in der Buchhandlung war und da durfte unter anderem dieses Buch mit. Und ehrlich gesagt hatte ich schon gar nicht mehr so bewusst auf dem Schirm, dass ich das auf die Liste gepackt habe, der Bücher, über die ich jetzt mit euch sprechen möchte. Aber irgendwie war das, glaube ich, so unterbewusst drin. Und ich habe es gesehen, dann dachte ich, das kommt ja doch irgendwie bekannt vor. Ich habe es dann aber gar nicht verknüpft mit diesem Video jetzt hier. Aber ich freue mich sehr darauf. Ich habe auch schon reingelesen. Also ich habe begonnen damit und bin absolut begeistert davon, obwohl ich das gar nicht so gedacht hätte. Also nicht in diesem Maße. Aber gleich mehr dazu. Was ich vorab aber auch noch erwähnen möchte, sind ein paar Worte zu diesem Format. Ich drehe ja eigentlich schon immer die Buchneuerscheinungen für den jeweils folgenden Monat. Jetzt haben wir schon Oktober. Ich bin wieder ein bisschen spät dran. Aber solange es noch zu Beginn vom Oktober ist, ist es, glaube ich, okay. Ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich weiterführen möchte. Der Punkt ist nämlich folgender. Also es ist eigentlich eine Kombination aus zwei Dingen. Das erste ist, dass es wirklich sehr, sehr viel Recherchearbeit erfordert. Also ich sitze da doch schon lange dran. Und per se macht es mir auch Spaß, weil ich dann ja selbst auch weiß, welche Bücher neu erscheinen und so weiter. Das hilft mir ja auch ungemein. Auch wenn das immer ein bisschen gefährlich ist, weil man die dann am liebsten alle sofort haben möchte. Aber gut, das ist eine andere Sache. Deswegen macht es mir per se schon Spaß. Das Problem daran ist aber, dass ich mir alles zusammenschreiben muss, relativ gut im Kopf behalten muss, worum es in den einzelnen Büchern geht. Und das ist doch schon sehr aufwendig. Ich würde sagen, es ist das aufwendigste Format, was ich hier auf diesem Kanal habe. Und dann, wenn ich mir die Klickzahlen angucke, habe ich das Gefühl, dass es aber gleichermaßen auch das Format ist, was euch so am wenigsten interessiert. Und versteht mich nicht falsch, bei mir geht es jetzt nicht darum, was die meisten Klickzahlen hat, weil sonst könnte ich einige Formate einstampfen. Darum geht es definitiv nicht. Aber es ist die Kombination aus beiden. Also ich habe mich die letzte Zeit so ein bisschen gefragt, ist es dieser Aufwand wert, wenn es den Großteil von euch nicht wirklich interessiert? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin da so ein bisschen am überlegen. Bis zum Ende diesen Jahres werde ich es noch durchziehen. Das habe ich mir gesagt. Also sprich, bis einschließlich Dezember werdet ihr noch die Neuerscheinungen hier bekommen. Und danach muss ich mir nochmal Gedanken darüber machen, ob es sich wirklich lohnt. Grundsätzlich sollte man natürlich keine Formate drehen, auf die man überhaupt keine Lust hat. Das ist logisch. So ist es jetzt aber auch nicht. Es ist einfach diese Kombination von beiden, dieser unfassbare Aufwand. Und dann so ein bisschen mein Gefühl, dass es bei euch nicht allzu gut ankommt, zumindest was die Masse angeht. Ja, ich werde mir nochmal Gedanken darüber machen, das nur mal vorab. Nicht, dass ihr euch wundert, falls dieses Format dann irgendwann mal einfach so wegfällt, sag ich mal. Und jetzt starten wir aber mit den Büchern, die ich für euch rausgesucht habe. Es sind Thriller dabei, Romane, querbeet eigentlich. Und ich freue mich schon sehr darauf. Am 1. Oktober im Knauer Verlag erscheint von S. Kate Remain die Stimme. Ein Thriller. In diesem Buch geht es um das Thema Smart Home, was ich per se schon richtig gruselig finde. Ich selbst habe keine Sprachassistenten hier bei mir in der Wohnung installiert. Ich kenne aber viele, die es haben. Und wenn ich das so beobachte, dann ist mir da nicht ganz wohl bei der Sache, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen mag ich solche Bücher aber auch sehr, weil das halt schon von der Grundthematik etwas ist, wovor ich mich grusle. Und hier geht es eben genau um eine Sprachassistentin, die sehr viele Fähigkeiten und extrem viel Wissen hat. Wir begleiten hier Joe. Und die Sprachassistentin Elektra spricht eines Tages zu ihr, ich weiß, was du getan hast. Joe ist natürlich total schockiert und denkt sich, es kann überhaupt nicht sein, dass eine Sprachassistentin so viel über sie weiß. Doch damit nicht genug. Elektra weiß nicht nur sehr viele Dinge, sie handelt auch auf eine Art und Weise, wie es eigentlich gar nicht wirklich möglich sein sollte. Und zwar schreibt sie Freunden und der Familie von Joe Textnachrichten mit Wüstenbeschimpfungen, Joe's Konto wird leergeräumt, die Kreditkarte überzogen und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang muss Joe nach vielen Jahren an ihren Vater denken, der an schizophrenen Schüben litt und sich letztendlich das Leben nahm. Dementsprechend überlegt auch Joe, ob sie sich die Stimme gegebenenfalls nur einbildet. Doch Elektra ist noch lange nicht fertig mit ihr. Für mich ist das auf jeden Fall auf dem selben Niveau wie The Passengers von John Mars. Da ging es ja um das autonome Fahren und wir haben einen Hangout auch dazu gemacht. Der hat jetzt erst vor ein paar Tagen stattgefunden auf dem Kanal von der lieben Steffi von Lady of the Books. Also schaut da gerne auch mal bei ihr vorbei. Ich werde euch den Kanal auch unten in der Infobox verlinken, wobei ich denke, ihr kennt sie auch alle schon. Da haben wir dann auch knapp zwei Stunden über dieses Buch gequatscht und auch darüber, wie wir das Thema autonomes Fahren so einordnen. Und wir waren uns eigentlich alle sehr einig, dass wir das eher gruselig finden. Und auch das mit den Sprachassistenten ist für mich so eine technische Entwicklung, nenne ich es jetzt einfach mal, die mir doch etwas Unbehagen bereitet, weil ich da dann auch das Gefühl habe, man wird irgendwie permanent abgehört. Wobei wir auch alle ein Handy haben und naja, mehr muss man glaube ich dazu nicht sagen. Es ist einfach eine Vorstellung, die ich nicht gerade toll finde. Und vor allem das eigene Zuhause, das ist ja so der privateste Bereich, den man haben kann. Und durch so einen Sprachassistenten würde ich mich da tatsächlich so ein bisschen eingeschränkt fühlen oder ja permanent beobachtet, wie gerade schon erwähnt. Und ich denke aber, dass das halt eben auch ein Thriller sein wird, der genau bei dieser Angst ansetzt. Und deswegen glaube ich, es könnte gut werden. Weiter geht es mit Was der Fluss erzählt von Diane Satterfield, erscheint am 1. Oktober im Heine Verlag. Und zwar befinden wir uns hier im ländlichen England Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist eine stürmische Winternacht und es sitzen mehrere Menschen zusammen. In der alten Gaststube namens Sven sitzen die Bewohner von Redcut zusammen und sie erzählen ihre Geschichten, wärmen sich auf. Also es ist eigentlich ein sehr geselliges Beisammensein, bis ein Mann hereinkommt. Dieser Mann ist verletzt und trägt ein lebloses Kind in seinen Arm. Es wird sofort eine Krankenschwester gerufen, die letztendlich aber nur noch den Tod des Kindes feststellen kann. Und sie versucht ein paar Stunden später die Todesursache festzustellen. Doch dann bewegt sich das Kind plötzlich und atmet. Alle sind natürlich total überrascht und fragen sich, ob es sich hier um ein Wunder, um Zauberei handelt. Oder ob es eine wissenschaftliche Erklärung dafür geben kann. Und die Frage ist natürlich, woher das Mädchen stammt. Und was sonst noch dabei steht ist, ein stimmungsvoller Roman, der einen davon trägt wie ein Fluss in eine Welt, in der Imagination und Wirklichkeit sich überlagern. Und ich fand, das hat sich gut angehört. Das ist natürlich so ein Buch, das alles sein kann, aber auch nichts. Also man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ihr wisst ja, ich bin keine Leserin, die fantasievolle Geschichten mag. Mein Freund sagt auch immer, ob ich denn irgendwie eine Kindheit hatte, weil ich all die Filme, die in Richtung Fantasy gehen, ja, geguckt habe. Und entweder dann nicht mochte oder es dann gar nicht versucht habe. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Aber das war jetzt schon was, was mich angesprochen hat, muss ich sagen. Weil so vom Gefühl habe ich nicht den Eindruck, dass es jetzt ein Buch wäre, was Fantasy-mäßig over the top wäre. Und dementsprechend würde ich mich an sowas heranwagen, auf alle Fälle. Ich fand, das hat sich gut angehört. Dann ein Buch, was ich gestern auch in der Buchhandlung in der Hand hatte. Das Flüstern der Bäume von Michael Christie erscheint eigentlich am 5. Oktober im Penguin Verlag. Aber ich habe es gestern auch schon in der Mayerche gesehen. Also gestern bedeutet konkret am 2. Oktober. Manchmal ist es ja auch ein paar Tage früher dann da. Und es hat mich direkt angesprochen, weil es mich nicht nur so von der Optik als solche an die Wurzeln des Lebens von Richard Powers erinnert hat, sondern auch vom Inhalt so ein bisschen. Und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr mich hier so ein bisschen verfolgt, dass die Wurzeln des Lebens ein absolutes Highlightbuch dieses Jahr war. Also ein Lebenshighlight und tatsächlich sogar auch so extrem, dass es mein Lieblingsbuch geworden ist. Es ist einfach fantastisch. Es war einfach ein rundum gelungenes Leseerlebnis und eine Empfehlung von Keanu Reeves, den ich ja auch sehr liebe. Aber das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Ich hatte es auf jeden Fall in der Hand und dann habe ich mir aber drei Bücher gekauft und dachte dann, ja, du kannst halt nicht einfach alles mitnehmen, was dir gefällt. Weil da gab es noch so ein paar mehr Bücher, wie zum Beispiel Normale Menschen von Sally Rooney. Das ist auch so ein Buch. Ja, das hätte ich gerne mitgenommen, aber ich warte jetzt erst mal ab. Und genauso bei Das Flüstern der Bäume. Ich hoffe, dass von euch dort draußen ganz viele Rezensionen zu diesem Buch kommen werden, weil es spricht mich sehr an. Es geht hier um Jakinda Greenwood, die nichts über ihre Familie väterlicherseits weiß. Sie arbeitet als Naturführerin auf Greenwood Island und sie denkt, dass diese Namensgleichheit reiner Zufall ist. Doch eines Tages steht ihr Ex-Verlobter vor ihrer Tür und hält das Tagebuch ihrer Großmutter in den Händen. Und Jahresring für Jahresring enthüllt sich letztendlich die Familiengeschichte für Jakinda. Seit Generationen verbindet nämlich die Familie vor allem eines und das ist der Wald. Hier steht, er bietet Zuflucht, aber auch Grund für Verbrechen und Wunder, Unfälle und Entscheidungen, Opfer und Fehler. Und all diese Folgen bestimmen nicht nur Jakindas Schicksal, sondern auch das Schicksal unserer Wälder. Und dazu steht auch noch, Michael Christie's grandiose Familien-Saga ist großes Kino, farbenprächtig, mitreißend und bewegend. Und ihr wisst, ich halte mich in Büchern unwahrscheinlich gerne im Wald auf, weil er für uns Menschen halt auch einfach so wichtig ist, weil er ja schon fast als selbstverständlich angesehen wird, obwohl er das lange nicht mehr ist und sich natürlich auch gerade um dieses Thema sehr, sehr viele Streitereien entwickeln. Wie geht man mit unseren Wäldern um? Was soll man tun? Was soll man nicht tun? Und deswegen finde ich es sehr wichtig, auch solche Bücher zu lesen in der heutigen Zeit und mag es dann dazu aber auch gerne, wenn darum eine Familiensaga gesponnen wird. Und bei Die Wurzeln des Lebens geht es auch um unterschiedliche Familien, also nicht um eine einzige, aber schon darum, wie wichtig der Wald in den folgenden Generationen auch noch ist und weiterhin bleiben wird. Also daran wird sich schlichtweg nichts ändern. Und das war für mich einfach wieder toll, weil wir halt auf eine gewisse Art und Weise jetzt auch in puncto dessen miteinander verbunden sind. Das ist eine Sache, die uns alle zu interessieren hat. Und ich mag das einfach. Ja, wenn es gut umgesetzt wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber wenn ihr da draußen dieses Buch gelesen habt oder es euch zulegt und bald die ganzen Rezensionen eintrudeln, dann werde ich da definitiv immer ein Auge drauf haben, weil es ist ein Buch, was ich mir sehr wohl vorstellen könnte, ja, mir zu kaufen. Und jetzt ein Buch, was ich schon hier habe, erscheint eigentlich offiziell auch erst am 5. Oktober von Thomas King, Dunkle Wolken über Alberta im Pendo Verlag. Und ja, die Mayer-Sheer hatte dieses Buch auch schon. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das jetzt rausgesucht hatte. Also ich habe irgendwie so ganz unterbewusst dazu gegriffen, kann man schon sagen. Ach ja, also was mich halt vor allem angesprochen hat, muss ich jetzt in diesem Fall auch ehrlicherweise sagen, ist das Cover, weil ich mich einfach sehr gerne an solchen Orten aufhalte. Und ich finde, es passt jetzt auch gut in diese Jahreszeit. Es hat bei mir irgendwie so ein wohliges Gefühl ausgelöst, obwohl es ja ein Krimi ist. Krimis lese ich eigentlich nicht so viel, auch nicht so gerne. Aber das war irgendwie was anderes. Ja, und dann habe ich hinten gelesen, dass es hier um einen indigenen Polizisten namens Dreadful Water geht, der in Kalifornien schon sehr, sehr viel gesehen hat und sich jetzt ein bisschen zurückziehen möchte. Deswegen ist er jetzt an einem kleinen Ort genau an der Grenze zwischen USA und Kanada. Chinook heißt er und seinen Lebensunterhalt verdient er eigentlich als Landschaftsfotograf. Aber er wird sehr oft von dem zuständigen Sheriff Hockney kontaktiert, weil er Unterstützung im unterbesetzten Polizeirevier braucht. Es taucht dann eine Leiche auf und so weiter. Also es ist wirklich nichts Neues so vom Inhalt. Zumindest gibt der Klappentext nichts wieder, was Neues sein könnte. Aber ich finde, Krimis laufen ja auch immer relativ nach dem ähnlichen Schema ab. Was mich hier auch sehr begeistert hat, ist, dass Thomas King, er ist selber halber Indianer, auch ein Bild zeichnet vom indianischen Alltag. Hier hinten ist er übrigens zu sehen. Ich finde, er wirkt so wahnsinnig sympathisch, muss ich euch mal zeigen. Und das ist was, was mich fasziniert. Das habe ich schon mehrfach erwähnt. Ich lese sowas total gerne. Da hat mich jetzt auch die liebe Sarah-Sophie angefixt. Als ich nämlich über dieses Buch bei Instagram gesprochen habe, hat sie mich angeschrieben, dass das vor kurzem ein Buch bei ihr eingezogen ist, nämlich Siebengestirn. Und dass es ja vielleicht auch was für mich sein könnte. Dann habe ich den Klappentext gelesen und dachte, ja, das wird sehr wohl was für mich sein wahrscheinlich. Und ich habe es mir jetzt auch noch bei Rüball bestellt. Das gab es da sehr günstig. Und wir lesen es zusammen im November wahrscheinlich. Ja, und hier beim Einband seht ihr auch noch das. Ja, die Szenerie hat hier auch eine große Rolle gespielt. Und ich habe dann reingelesen, weil gerade bei solchen Büchern muss ich wirklich gucken, wie dann so der Schreibstil ist. Gerade weil ich nicht viel in diesem Genre lese, dass ich dann einfach so ein Gefühl dafür bekomme, ob es dann auch wirklich was für mich ist. Und es war toll, weil direkt zu Beginn war das schon ein richtig trockener Humor. Es hatte so eine leichte, flockige Art. Man kam super schnell durch da beim Lesen. Und es hat mich einfach direkt in seinen Bann gezogen. Ich weiß nicht, warum. Mal schauen, ob es wirklich so gut ist, wie ich es jetzt einschätze. Das ist ein reines Gefühl. Ich bin sehr begeistert bisher. Dann machen wir weiter mit 55 Jedes Opfer zählt von James Delagi. Erscheint am 12. Oktober im Heine Verlag. Wir befinden uns hier in einer Kleinstadt im australischen Outback. Etwas, was ich ja auch sehr, sehr gerne mag. Also sprich, wir sind in der vollkommenen Wüste. Es ist unfassbar heiß. Und dann haben wir hier Sergeant Chandler. Er ist stolz darauf, Ruhe und Sicherheit zu bewahren. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein gewisser Mann auftaucht. Der Mann ist völlig außer Atem, blutüberströmt und er erzählt von einem Serienmörder namens Heath, dem er nur knapp entkommen sei. Chandler bringt erstmal den Mann in Sicherheit und möchte sich dann eigentlich auf die Suche nach dem Mörder begeben. Doch dazu hat er überhaupt keine Zeit, weil es taucht ein weiterer Mann auf und auch er erzählt von einem Serienmörder, dem er nur knapp entkommen ist. Ja, was mich hier angesprochen hat, klar, ist zum einen die Szenerie. Die Handlung per se klingt jetzt auch nicht besonders innovativ. Also es ist auch etwas, was man schon mehrfach so in einer ähnlichen Form auch gelesen hat. Aber es gibt eine Zeile auf dem Klappentext, die lautet, wer ist Killer, wer ist Opfer? Und da habe ich mich dann schon gefragt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also bedeutet es vielleicht, dass die Leute, die blutüberströmt auftauchen, vielleicht selbst der Mörder sind? Also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen ein Verwirrspiel werden wird und sowas mag ich ja sehr gerne. Und das in Kombination einfach mit dem Schauplatz. Da dachte ich, das muss ich mit aufnehmen. Ebenfalls am 12. Oktober im BTB-Verlag erscheint Die Stille von Anthony Döhr. Und dabei handelt es sich um Erzählungen. Also ich glaube, es steht auch dabei Stories. Ich habe es aber mit aufgenommen, weil ich die Grundthematik sehr interessant finde. Und ich meine, das ist ein Buch, was schon länger als Hardcover erhältlich ist. Ich glaube sogar schon drei Jahre. Aber jetzt erst als Taschenbuch rauskommt. Es geht hier um sechs Stories, die auf drei Kontinenten stattfinden. Und alle handeln eigentlich über das Thema Liebe und Erinnerung. Anthony Döhr sagt, dass in jedem Augenblick auf der Welt unzählige Erinnerungen verschwinden. Und dabei sind es gerade diese Erinnerungen, die unserem Leben Sinn und Zusammenhänge bieten. Und er geht dabei vor allem auch auf Kinder ein, die ja jeden Tag auch neue Erinnerungen formen, weil sie die Welt neu für sich entdecken. Was ich auch sehr schön finde. Und er steht hier in Die Memel, das ist wohl eine der sechs Stories, zieht ein Verweis des Mädchens zu ihrem Großvater nach Litauen und entdeckt eine Welt, in der Mythen real werden. In Dorf 113 geht es um den Bau des drei Schluchtendamms und um die Samenhüterin, die auch die Geschichte des Dorfes bewahrt, das bald überflutet wird. In Nachwelt einer erschütternden, unvergesslichen Geschichte wird eine Frau als einzige Überlebende aus dem jüdischen Waisenhaus in Hamburg dem Holocaust entronnen. Von Visionen ihrer Kindheitsfreundin heimgesucht, findet aber Trost in der zärtlichen Fürsorge ihres Enkelsohns. Und dann steht auch noch dabei, worum es in den anderen Storys geht. Hier steht, die Welt wird transparent, wenn dieser große Erzähler sie und ihre Bewohner beschreibt. Und ich finde das Thema Erinnerungen eine spannende Sache, weil ich mir schon ganz oft im kleinen Kontext denke, wenn ich die Erinnerungen, die ich habe, die ich toll finde und die mein Leben auf jeden Fall ausmachen, nicht weitererzähle, dann gehen sie ja auf jeden Fall mal verloren. Und wie unheimlich schade wäre das eigentlich? Und das Ganze kann man natürlich auch in einem ganz großen Kontext sehen. Und ja, das Thema finde ich unfassbar spannend. Rüttelt einen bestimmt auch wach, dass man gerade auch so ein bisschen dazu angeleitet wird, seine Erinnerungen zu teilen und in die Welt zu tragen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke, die beide sehr viel über ihre Kindheit zum Beispiel erzählt haben, was jetzt auch nicht gerade so einfach war in vielen Fällen, dann sind das auch Erinnerungen, die mir weiterhelfen, um zu verstehen, woher ich komme, wenn ihr wisst, was ich meine. Und deswegen finde ich, ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Ich muss das aufnehmen. Von Nadine Bismuth erscheint am 12. Oktober im BTB-Verlag Familienbande. Es geht hier um Magalie, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, wahrscheinlich nicht, und ihren Mann Mathieu. Und sie leben in Kanada mit ihrem Sohn. Magalie ist 40 Jahre alt und beide wissen eigentlich, dass ihre Ehe bereits am Ende ist, aber sie wahren den guten Schein nach außen. Auf einer Familie in Feier lernt Magalie dann aber den Polizisten Shalom kennen. Er ist der Sohn des neuen Lebensgefährten ihrer Mutter. Und er verliebt sich sofort in sie. Er ist alleinerziehender Vater und weiß genauso gut wie Magalie, dass Beziehungen fragil sein können. Und es stellt sich für sie die Frage, wie lange sie noch Kompromisse eingehen möchte. Es ist ein Buch über Freiheiten und Konventionen und über die Liebe in einer entzauberten Welt, steht bei der Beschreibung. Und ja, ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die mit Sicherheit sehr viele Menschen betrifft, die in einer langen Ehe sind und vielleicht dann wissen, ja, okay, eigentlich sollten wir vielleicht nicht mehr zusammen sein, weil es nicht mehr klappt. Und dann vielleicht auch wegen der gesellschaftlichen Konventionen bleibt man doch zusammen. Kann man natürlich nicht auf alle Menschen beziehen, aber es wird mit Sicherheit schon einen nicht geringen Teil geben, der so handelt. Und dann lernt man jemanden kennen, in den man sich verliebt. Und man steht vor der Frage, wie handelt man jetzt? Lässt man seine Familie im Stich und gibt sich dieser neuen Liebe hin? Versucht es irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Oder gibt man diese Liebe auf, einfach um für die Familie da zu sein, um das vermeintliche Familienglück nicht zu gefährden und den Schein nach außen zu wahren? Also so eine kleine Krise vielleicht, die man da durchmacht. Und sowas entscheidet man ja mit Sicherheit. Ich kann da nicht mitreden, aber mit Sicherheit nicht leichtfertig. Und ich mag das dann sehr gerne, über sowas zu lesen, weil mich interessiert, wie Menschen handeln, welche Gedanken sie in den Momenten haben. Finde ich super spannend und deswegen habe ich es mir auch mit aufgeschrieben. Ist auch ein Buch, was ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, mir zu holen. Und zuletzt ein Buch, was am 26. Oktober im Penguin Verlag erscheint von Ellen Sandberg, Die Schweigenden. Wir haben hier wieder zwei verschiedene Zeitebenen. Einmal München 2019 und dann befinden wir uns noch im Jahr 1956. Im Jahr 2019 begleiten wir die Familie Remy. Sie haben drei Töchter, Angelika, Anne und Imke. Sie sind erwachsen und gehen längst ihre eigenen Wege bis zu dem Tag, an dem ihr Vater beigesetzt wird. Am Sterbebett bittet der Vater Imke, ihm ein Versprechen zu geben. Und das bringt ihre Welt ins Wanken. Sie hinterfragt ab dem Zeitpunkt nämlich alles, was sie über ihre Mutter zu wissen geglaubt hat. Und dann gehen wir zurück ins Jahr 1956. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Ellen Sandberg das für gewöhnlich aufbaut, weil ich noch nichts von ihr gelesen habe. Aber es kann ja gut sein, dass dann ein Kapitel in der jetzigen Zeit spielt und eins dann eben 1956. Und es geht um das Nachkriegsdeutschland, in dem eine neue Generation heranwächst. Wir begleiten Karin, die auf ihre erste Jeans spart, die großer Elvis-Fan ist und die gerne Ärztin werden möchte. Sie ahnt nicht, dass die Schatten der Vergangenheit lang und mächtig sind und dass eine Entscheidung nicht nur verheerende Folgen für sie selbst hat, sondern auch für andere. Ja, ich habe so viel Gutes über die Autorin schon gehört und ich habe auch definitiv schon in einem anderen Neuerscheinungsvideo ein Buch von ihr vorgestellt und bis dato immer noch nichts von ihr gelesen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das schon gemacht habt, weil mich sehr interessieren würde, was eure Meinung zu der Autorin ist. Und ja, das waren die Bücher, die ich jetzt für den Oktober herausgesucht habe. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren wieder ergänzen, was ihr gerne lesen möchtet, welche Neuerscheinung für euch interessant ist, aber auch andere Bücher, die ihr euch gerne zulegen möchtet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich sage bis dann, wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Tschüss!